So, jetzt machen wir hier mal schnell ein Video. Hier ist die süße Mama und die kleine Rasselbande macht jetzt gerade mal ihren ersten Ausflug und die sind ja sowas von goldig alle. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie goldig die sind. Miep mieps! Da kommen sie, so süß und die Mama ist so nett. Eine ganz kleine Maus, die hat auch so einen braunen Merle, nennt man das glaube ich, ne? Die Farbe. Ist auch irgendein so ein Hütehund-Mischling. Und da kommt schon so ein kleiner Mucki hier an. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Also die sind sowas von süß. Da rufen jetzt alle ihre Mami. Mami kommt einfach hier hin. Super süß sind die. Und vor allem die Mama, die ist sowas von lieb. Das Einzige, was sie hat, sie ist auf einem Auge blind. Sie ist so abgegeben worden hier von so Tierschützern. Die haben die ja gebracht. Die hat ja im Park gelebt, weil der drogensüchtige Besitzer sie da zurückgelassen hat. Und jetzt seht ihr auch mal, jetzt trinken die alle hier wie verrückt. Ich weiß nicht, mal gucken, ob man das von der Seite besser sieht. Oh ja, da sieht man es ein bisschen besser. Jetzt ist die Milchbarge öffnet. Jetzt gibt es hier Futter. Guckt euch das mal an. Und da beschweren wir uns mal oft übereingehend. Und sie hat elf. Und hat sie alle gut durchgekriegt bis jetzt. Guckt euch die Mama an. Was für eine liebe Mama. Da ist was los. Super zuckersüß. So süß sind es alle. Herrlich. Also ich möchte auch noch mal eine Lanze für die Mama brechen. Nicht immer alle sagen, oh, die Welpen, ja natürlich. Die haben auch eine tolle Farbe, was ja auch so modern ist, was die Leute ja so mögen. Also die Mama ist sowas von lieb. Bitte vergesst auch nicht die Mama. Weil die würde sich bestimmt auch freuen, eine liebevolle Familie zu finden.